ich hab mir grad igral runter hat laura uns empfohlen für ein bisschen mehr cashback zusätzlich und solange das geht ein neuer trailer zu yugioh master duel wurde veröffentlicht und die meinten hier steht new information erst mal habe ich gesagt oder was geht ab leute hunge new information some cards will require event participation or in-game purchase some cards das heißt der großteil der karten oder die meisten karten müssen vor viel verfügbar sein ich bin gespannt man sieht wie exodia man sieht wie er exodia beschwört ich war mal exodia spieler auch auf ernsten turnieren exodia the forbidden one junge dieses spiel hat mich echt hart dieses spiel hat mich echt anders hart schau mal was jetzt so geht muss mal schauen ich gehe erstmal ein bisschen spazieren leute mir ein paar gedanken machen über verschiedene dinge einfach so ein bisschen mal den geist baumeln lassen und ja ich muss mir eigentlich endlich mal airport holen ich denke nie dran richtig old school mit kopf hören aber ja erst mal paar gedanken machen das ist eine relativ neue shisha bar ich weiß dass die trade brothers da alte kumpel die finden wir die trade brothers die haben machen viel mit yugioh karten ankauf verkauf und so dass die dort öfters abhängen mit dem will ich auch mal wieder was starten bisschen mal eine pfeife rauchen so abchecken wie was bei denen so läuft kurs geht raus kerim und mert steigt seinen bitcoin leute defi ich habe ja gestern ein geschenk vorbereitet da ist mir eingefallen ich kann es nicht einfach so geben deswegen noch so eine kleine tüte bin gespannt wie es ankommt weil also das geschenk hat eigentlich gar kein grund als es nicht zu zu gratulation als geburtstagsgeschenk oder so sondern einfach random weil weil ich mal aufgepasst hatte in einem gespräch und aufmerksam war bin gespannt ich gebe euch bescheid wie es ankam ich habe bei dir man den spielerinnen von damals aus pokémon go getroffen da war ich auch auf also in pokémon go befreundet aber ein bisschen gequatscht ja dass ich aufgehört habe dass sie weniger spielt unter schraubt dass sie überlegt auch aufzuhören und dass sich hier bis etwas verändert hat ich habe gesehen dass hier zwei arena gewechselt sind weil hier bauarbeiten dann ist eine arena abgerissen worden dafür ist was anderes zu einer arena geworden und dann meinte sie ja da hinten auch das ist das eine café was halt kein café mehr ist sondern jetzt nur noch ein bürgerladen ist dann dementsprechend keine arena mehr wert und das wurde dann auch weggetan und haben ein bisschen gequatscht sie meinte aber so hä wohnst du hier in der gegend was machst du hier so ich so dinge ich kann einfach nur hier spazieren muss doch nicht hier in der gegend wohnen um hier ein man geht doch nicht nur in seiner nachbarschaft spazieren also auch ohne pokémon go ist ganz münchen meine hut naja auf jeden fall passiert gar nicht so oft dass ich random ex pokémon oder ich bin ex pokémon go spieler dass ich random pokémon go spieler noch so finde das ist wenn du pokémon spielst triffst du irgendwie ständig pokémon spieler aber jetzt wo ich nicht mehr spiele sich fast nirgendwo spieler das ist echt komisch auch obwohl ich an den hotspots vorbeigehe so selinger tor ist ja dreifach arena und so die stars oder oder uns besser doppel x-ray arena oder stachos halt aber ich sehe trotzdem niemanden ah ja mr pancake da wollte die mir unbedingt mal hin also er wollte allgemein saftig pancake essen und da habe ich gesagt es gibt so einen laden der ist mr pancake aber die haben irgendwie seit einem jahr seit corona nicht mehr offen die werden schon saftig gewesen essenszeit leute essenszeit hot dogs eigentlich der einzige hot dog stand den ich kenne in münchen deswegen nenne ich ihn den besten for the click date come on heute mittwoch da gibt es special da gibt es den zweiten für die hälfte ihr wisst immer die rabattaktionen immer die referal links immer die cashback sachen nutzen es gibt ein special des monats das heißt eigentlich müssen wir hier nur noch einmal zumindest vorbeischauen ich habe einfach die zwei genommen die am krassesten klangen also special des monats und noch der zeit kasseste also an sich klingen die echt klasse alle hier doch ein classic new york fleischtechnisch sagen sie immer ohne heartbreak weiß ich genau was das heißt ja man kann sich denken und hot dogs sind essenstechnisch also zum essen zwiebeln zwiebeln das barbecue däger barbecue anders heftig man mein gott heute schaut es mal noch schnell den anderen für euch ok italien ich sehe schon mit tomaten und sowas das sind die besten autos die ich jemals hatte vor allem der barbecue junge der barbecue ist krank mit den zwiebeln und meinen kassen hätte den zuerst essen sollen das ist auch gut aber kann ich ja gleich zu barbecuen machen das muss man alle hier testen direkt an der mische auf alten food chocolate ja war lecker schauen wir vielleicht nächsten monat noch mal vorbei für das andere monat special und jetzt kann ich mir glaube ich erst mal ein bubble tea zum runterspülen kiosk nur noch den ich mal zufällig bei irgendeinem ranking entdeckt hatte dass er auf platz 1 war süßer kleiner laden der ist gut in meiner nähe sag ich mal hier in münchener norden wo direkt im mira hat er ein teamotion aufgemacht aber alles im mira ist leider tot also da hat er auch so ein standard random sie hat bereits bubble tea verkauft nicht als bubble tea laden aber als china asia restaurant mit bubble tea auf jeden Fall der laden ist immer gut besucht obwohl er nicht so zentral gelegen ist jedes mal wenn ich da bin sind auch andere gäste da also freut mich dass es bei denen läuft aber qualität auch mega super auch super freundlich die hatten jetzt nicht genug mehr tapioca also alle anderen wollten auch tapioca schon zum glück war ich einer der ersten ich habe noch die reste bekommen für die ich nicht mal zahlen musste und dann noch ein bisschen white tapioca obendrauf kurz geht raus die burke leute schauen wir mal ich geb beschäft das wars von mir und den angeblich nicht angeblich bisher besten hotdog weil es gibt nicht so viel aus aber die sind lecker hotdog münchens das wars von mir ihr wisst bestimmt immer liken subscribe kommentieren checkt die videos ab folgt mir auf instagram und twitch investiert in bitcoin natürlich dfi cashflow generieren es ist zu saftig Leute serious business und ciao jo dj